Oliver Kahn, er meldet sich jetzt zu Wort und wehrt sich gegen die Vorwürfe in Richtung seiner Person, dass er das Gehaltsgefüge bei den Bayern wohl komplett zerstört hat. Was hat der Titan da jetzt gesagt? Wir schauen uns das Ganze an. Zudem Eskalation bei Leon Goretzka. Es droht wohl der nächste Eskalationsschritt im, ja ich sage mal, Transphärpoker oder Abgangspoker rund um Goretzka. Was das Ganze ist, das schauen wir uns gleich an. Und wir sprechen auch über Sancho-Wahnsinn bei Borussia Dortmund. Was könnte jetzt passieren? Das gucken wir uns an. Vorab lass dein Like auf das Video da und noch ein Abo hier auf den Kanal, aber auch in Zukunft keine News mehr rund um die Bundesliga zu verpassen. Nur ca. 20% meiner Zuschauer haben mich abonniert, deswegen lass doch gerne ein Abo da. Ja, aber damit gehen wir doch auch schon langsam rein in das erste Thema. Und das erste Thema, das ist Oliver Kahn. Da gab es jetzt in der letzten Zeit viele öffentliche Vorwürfe in Richtung seiner Person. Er hätte das Gehaltsgefüge bei den Bayern kaputt gemacht. Er hätte ja unter anderem viel zu viele Gehälter gezahlt. Jetzt sind Max Eberl und Co. alle dran, dass man diese Gehälter irgendwie in den Griff bekommt. Und ja, da muss man sagen, das ist wohl nicht ganz so. Zumindestens mal ist das nicht so, wenn man dem Titan Glauben schenken darf. Denn Oliver Kahn, er machte eine Ansage in Richtung dieser Aussagen, in Richtung der Bayern. Und er sprach jetzt relativ offen über die Trennung, über seine Pläne und die Zukunft. Ja, was hat er da jetzt genau gesagt? Auf die Kritik, dass er und Hasan Salihamidzic viel zu viele Gehälter gezahlt hätten. Da sagte er, die Gehälter wurden stets mit dem Finanzverstand und dem Aufsichtsrat abgestimmt und freigegeben. Die Gehaltsstruktur des Vereins sei sowieso im Vergleich zu anderen europäischen Topklubs ganz anders. Unter anderem hat er da angefügt, bei den Bayern ist das ungefähr 20% des Umsatzes oder sowas, machen die Gehälter dann aus oder der Ausgaben. Bei anderen Klubs sind das 80%, also doch viel, viel weniger als jetzt zum Beispiel bei Klubs aus der City Group oder, oder, oder. Über die Trennung, da sprach er im Interview beim Kicker eben, ja ich sage mal, relativ abgeklärt. Er sagte, so etwas gehört zu diesem Geschäft. Hasan Salihamidzic und ich haben alles für den Verein gegeben. Ein Wechsel auf der Führungsebene und besonders beim CEO geht natürlich mit Veränderungen her. Und damit ist nun endgültig alles zu meiner Vergangenheit als CEO beim FC Bayern München gesagt. Ich schaue nur noch nach vorn. Und das Thema nach vorn war in diesem Interview auch ein Thema. Wie geht es da weiter? Da hat er gesagt, wenn alles passt, kann ich mir sehr gut vorstellen, nochmal tatsächlich bei einem anderen Topklub anzuheuern. Es geht wohl eher bei ihm aber um Club-Investments. Er hat auch über Piquet gesprochen, da er ja in der Kings League, sowas ähnliches wie die Baller League, auch erst wieder 60 Millionen Euro gesammelt hat und so sich so ein bisschen was aufgebaut hat. Da hat Kahn wohl großes Interesse dran. Es soll wohl eher nicht wieder ins operative Geschäft sein, dass er irgendwo CEO wird. Das möchte er wohl eher nicht, Stand jetzt zumindest. Vielleicht kommt aber so ein bisschen was wieder. Ich bin mal gespannt, was sagt ihr dazu? Seht ihr die Schuld am ganzen Chaos bei den Bayern, was die Gehälter angeht und so weiter und vielleicht auch die ganzen Transferphasen in den letzten Jahren, in den letzten zwei Transferfenstern bei den Ex-Bayern-Bossen? Oder sagt ihr, nee, die haben alles richtig gemacht, die sind mit erhobenen Hauptes gegangen? Eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Erhobenen Hauptes gehen, das ist ein gutes Schlüsselwort. Sprechen wir über Leon Goretzka. Denn das ist mittlerweile klar, das wird er wohl nicht mehr können. Leon Goretzka wird nicht mehr erhobenen Hauptes gehen können. Denn mittlerweile wissen wir es, die Bayern-Ausbotung, die hat schon komplett stattgefunden. Und die nächste Eskalationsstufe, die droht sogar tatsächlich jetzt schon zu passieren. Denn es gab wohl jetzt nochmal neue Gespräche bei den Bayern und Goretzka. Da wurde ihm jetzt auch nochmal gesagt, nein, auch am Samstag gegen Wolfsburg wirst du nicht weiter Teil des Kaders sein. Wir planen ohne dich. Du wirst nicht nur im Pokal nicht dabei sein. Nein, auch in der Bundesliga bist du nicht im Kader. Das hat jetzt die Münchner TZ berichtet. Voraussichtlich wird er nicht berücksichtigt werden. Das große Problem ist, Leon Goretzka, der will, das hat jetzt auch nochmal Sky bestätigt, zu 100% bleiben. Für ihn ist es ja keine Möglichkeit, den Verein zu verlassen. Er hofft weiterhin auf die Worte zum Beispiel von Uli Hoeneß. Der sagte ja, jeder hat eine zweite Chance verdient. Auch Leon Goretzka, ja und das Interesse, was da jetzt so ein bisschen kommt, zum Beispiel die MLS, da soll es Interesse gegeben haben. Das ist noch nichts für ihn. Er möchte weiterhin bei Topklubs spielen. Wenn er irgendwo hin wechselt, nur Klubs in der Regel, Real Madrid, Barcelona, Liverpool oder ein, zwei andere Teams. Andere Topklubs werden er wohl eher nicht in Betracht kommen, aber sein Ziel bei den Bayern durchsetzen. Ob er die Gelegenheit dazu kommt, das ist nochmal so ein anderes Thema. Problemen sollen eben auch seine 17 Millionen Euro Jahresgehalt sein. Das soll zum Beispiel Klubs wie Atletico Madrid, SSC Neapel, die Interesse an ihm haben. Die wollen diese Summen gar nicht zahlen. Und ja, wie gesagt, Interesse von absoluten Topklubs. Das hat Sky jetzt auch nochmal berichtet, gibt es Stand jetzt zumindest nicht. Klubs wie Barcelona, Real Madrid, Liverpool, die sind mit ihren Planungen, außer Liverpool, die haben noch gar nichts gemacht. Die sind aber so ziemlich durch. Die planen alle nicht mit Goretzka. Mal gucken. Es scheint so, dass Leon Goretzka bei den Bayern bleibt. Das könnte aber darin enden, dass er nur noch mit auf der Tribüne sitzt. Er darf zumindest Stand jetzt noch mit trainieren. Denn so drastisch sind die Bayern noch nicht vorgegangen, dass sie ihn da auch schon aus dem Training rausgeholt haben. Kennen wir aber von anderen Klubs. Kann noch kommen. Ist auf jeden Fall dann, ich sage mal, the next step, die große nächste Eskalationsstufe. Ich hoffe mal, dass das Goretzka so ein bisschen erspart bleibt. Denn das hat der Junge definitiv nicht verdient. So sehe ich es. Wie seht ihr es? Was würdet ihr jetzt Leon Goretzka empfehlen? Schreibt mir doch eure Meinung gerne mal dazu in die Kommentare. Und was würdet ihr denn Jadens Handschuhe empfehlen? Eine Rückkehr zu Borussia Dortmund? Das ist jetzt ein Thema, was wohl wieder aufkommen könnte. Denn der BVB hat jetzt doch wieder Chancen. Wir haben es jetzt von Manchester United gehört. Es ist jetzt tatsächlich möglich, den Spieler auch wieder per Laie zu bekommen. Und es könnte sogar noch anders kommen. Man könnte sogar den Spieler holen. Denn es gibt hier Gerüchte rund um Daniel Mahlen. Sollte Daniel Mahlen in Richtung Premier League wechseln, das soll eine Option sein, kriegt man 40 bis 50 Millionen Euro für den Spieler. Und genau für 40 Millionen Euro könnte man auch tatsächlich einen Jadens Handschuhe holen. Passend dazu gibt es sogar immer mal wieder Gerüchte, dass Eric Den Haag auch an Daniel Mahlen interessiert sein soll. Der Niederländer ist auf dem Radar von Den Haag. Er guckt sich den Spieler ganz genau an. Sollte es hier wirklich nochmal ernsthaftes Interesse von den Red Devils geben, dann könnte es hier in so einer Art Tauschstil enden. Denn beide haben etwa denselben Marktwert. Vielleicht muss der eine Verein, der andere Verein nochmal 2, 3, 4, 5 Millionen Euro obendrauf legen. Aber dann könnte es etwas werden. Wie gesagt, Jadens Handschuhe, das letzte Wörtchen ist hier wohl noch nicht gesprochen. Es könnte aber auch noch genauso gut in Richtung Paris Saint-Germain gehen. Es könnte aber auch noch genauso gut nochmal in Richtung FC Chelsea gehen. Denn das sind auch aktuell Klubs, die wohl richtig heiß auf ihn sind. Ich bin gespannt. Wir bleiben weiter am Thema dran. Da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Wir sprechen ganz kurz über den Rücktritt von Ilkay Gündogan. Und damit müssen wir auch schauen, wer könnte jetzt der neue Kapitän werden. Wer könnte jetzt auf Ilkay Gündogan bei der deutschen Nationalmannschaft folgen. Wie da jetzt wohl seitens der Sky-Kollegen bei Kerry Hau unter anderem berichtet wurde, gibt es da jetzt schon einen ganz heißen Namen. Und dieser Name soll Joshua Kimmich sein. Joshua Kimmich ist einer der absoluten Top-Kandidaten, wenn es jetzt um die Nachfolge von Ilkay Gündogan bei der deutschen Nationalmannschaft als Kapitän geht. Er war glaube ich schon der Co-Kapitän, einer der Co-Kapitäne. Da wohl auch die Zukunft von Manuel Neuer ungewiss ist, das wäre ja dann so eine natürliche Reihenfolge, wenn das jetzt Manuel Neuer machen würde, ist es wohl aktuell so, dass Joshua Kimmich sich richtig, richtig große Freude machen kann. Er soll der neue Kapitän der deutschen Nationalmannschaft werden. Er ist zumindest der heißeste Kandidat. Wenn es um das Kapitänsamt geht, ist einer der Spieler mit der meisten Erfahrung. Ich würde es ihm gönnen. Was sagt ihr zum Thema? Das war es von mir. Wir hören uns morgen wieder. Ich hoffe, heute Doppel-News hat euch gefallen. Das war es von mir. Bis dann, Leute. Ciao.